Peking, 1. Oktober 1949. Nach vier Jahren Bürgerkrieg haben Maos Truppen das Land erobert. Der Bauernjunge aus Shaoshang ist am Ziel. Chiang Kai-shek ist vertrieben. Dann jahre ich in den Hohen, in den Niederlanden. Maos Sieg ist die schwerste Niederlage der Amerikaner im Kalten Krieg. Ein Sieg auch für den Machthaber im Krimel. Das bevölkerungsreichste Land der Erde, jetzt in seinem Machtbereich. Ein Triumph. Antrittsbesuch beim großen Bruder. Zum ersten Mal reist Mao ins Ausland. Sie versprechen sich Freundschaft. Doch die Distanz ist spürbar zwischen den roten Diktatoren. Er sah sich als loyaler Führer und Gefolgsmann Stalins im Kampf um die kommunistische Weltherrschaft. Er sagte, wer, wenn nicht Stalin, gibt die Befehle. Was Mao am meisten beeindruckt, ist der Kult um Stalin als Ehrengast beim 70. Geburtstag im Dezember 1949. Aus Stalinismus wird Maoismus. Chinas Erlöser heißt Mao Zedong. Verkündet das Lied, der Osten ist rot. Vom Beginn unserer Erziehung an mussten wir lernen, dass Mao großartig ist, unbesiegbar, am klügsten, am weisesten und am tapfersten. Er denkt nur an die Interessen des Volkes. Er ist wirklich sowas wie ein Gott. Im neuen China wird das Bild des neuen Gottes allgegenwärtig. Wenn wir als Kinder die Wahrheit sagen wollten, dann sagten wir, ich schwöre beim Vorsitzenden Mao. Jeder in China lernte dieses Lied. Vater ist uns nah, Mutter ist uns nah, aber niemand ist uns so nah wie der Vorsitzende Mao. Mao, der Freund des Volkes, bescheiden und verständnisvoll. So sieht er sich am liebsten. So verkündet es die Propaganda. Auf Postern und im Film. Die Bauern haben Mao an die Macht gebracht. Jetzt scheint er sein Versprechen einzulösen, lässt das Land der Großgrundbesitzer verteilen. Ich denke, alle großen Diktatoren sind auch großartige Psychologen. Sie beherrschen sehr ausgeklügelte Methoden, um die Seelen des Volkes zu manipulieren, um es in ihre Richtung zu lenken. Sie sind Verführer jenseits des Vorstellungsvermögens von uns einfachen Menschen. Mao braucht die Bauern, um seine Gegner auszurotten. Bringen wir die kleinen Chiang Kai-sheks um, befiehlt er ihnen gleich nach der Machtübernahme. Tötet in großem Rahmen. Drei Millionen Menschen verlieren bei Maos erster Massenkampagne ihr Leben. Es wird nur ein Auftakt sein. Er wusste genau, wenn er pro 1000 oder vielleicht pro 10.000 Menschen einen tötet, welche Terrorwirkung er damit erzielen würde. Erst macht er sie zu Tätern und dann macht er sie zu Opfern. Die Bauern müssen ihr Land an Volkskommunen abgeben. In Millionen her der Landarbeiter schuften sie an Großprojekten. Den Einsatz ordnet Mao oft persönlich an. Doch er verspricht allen ein China ohne Hunger. Anfang der 50er Jahre. In dieser Zeit hatten die Menschen das Gefühl, dass es ihnen wirklich besser geht. Die Menschen glaubten damals, dass die kommunistische Partei ihnen Gerechtigkeit beschert. Also begrüßten sie den Sozialismus. 1953 stirbt Stalin, der rote Gott. Epochendämmerung? Aus Moskau kommt der neue starke Mann Nikita Khrushchev. Die Bruderstimmung nur Theater. Denn Khrushchev befiehlt der kommunistischen Welt Entstalinisierung. Hinter den Kulissen kritisiert er Maos Personenkult. Mit Khrushchevs Entstalinisierung begannen die Probleme zwischen China und der Sowjetunion. Man hielt das Ganze für einen riesigen Fehler. Mao heuchelt guten Willen und startet Mitte der 50er Jahre die Kampagne »Lasst 100 Blumen blühen«. Die geistige Elite soll offen Kritik üben. Mao tat so, als würde er verschiedene Ansichten zulassen. Als würde er Vorschläge und Kritik begrüßen. Doch er stellte eine Falle. Wer den Mund aufmachte, sollte vernichtet werden. Als die Kritiker sich äußern, erklärt Mao sie zu Rechtsabweichlern. Das Ritual der Selbstkritik wird ihnen nichts nutzen. Hunderttausende verschwinden zur Umerziehung in Arbeitslager. In Khrushchev sieht Mao seinen persönlichen Feind. Am 10. Jahrestag der Revolution wirft er ihm den Federhandschuh hin. Chinas Diktator demonstriert, wer künftig Nummer 1 im Roten Lager sein will. China soll eine Industrienation werden. Über Nacht. Seinem Volk verspricht er goldene Zeiten. Durch den großen Sprung nach vorn. Im ganzen Land schießen Zehntausende von primitiven, selbstgebauten Volkshochöfen wie Pilze aus dem Boden. Der große Sprung war gedacht als Startprogramm für Chinas Aufstieg. Die Grundlagen sind Organisation und Motivation der Arbeiter. Der Utopist Mao glaubte, dass die entfesselte Masse der Bauern wahre Wunder vollbringen kann. Ob Bauern oder Bürokraten, 1958 macht Mao aus allen Chinesen Stahlarbeiter. Sein Aufruf soll sie anfeuern. Die Ergebnisse einer Nacht übertreffen die von 10.000 Jahren. Meine Frau und ich arbeiteten an kleinen Hochöfen im Hinterhof. Wir zerschmolzen Töpfe, Pfannen, eiserne Zeugen. Was dabei herauskam, sah aus wie Schlamm. Ich fragte den Vorarbeiter, ist das wirklich Stahl? Der sagte, ja, das kommt ins Stahlwerk. Aber es war alles nur Abfall. Mao aber verkündet, unsere Nation ist wie eine Atombombe. Wir können Dinge vollbringen wie nie zuvor. Die Zeitungen verkündeten riesige Zahlen. Wir machen 10, 15 Millionen Tonnen Stahl. In 5 Jahren überholen wir Großbritannien. Doch Mao's wahres, geheimnis Ziel war, in 5 Jahren die USA zu überholen. Die Folgen des Größenwahns. Die Landwirtschaft bricht zusammen. Hungrige Bauern schlachten selbst die Büffel, die ihren Pflug zogen. Man aß einfach alles. Es gab auch Leute, die Babys aßen. Es waren nicht lebendige Babys. Es waren so die Totgeborenen. Die nahm man dann zu sich. Erdelt kochte man und aß sie. Man glaubte noch, dass diese Suppe besonders nahrhaft sei. Wir hatten ja auch schon alle Ratten in den Feldern ausgemärzt und verzehrt. Das Ende des großen Sprungs. Die größte Hungerkatastrophe der Menschheitsgeschichte. Ganz im Südwesten sind zwei Drittel verhungert. Ich habe in einer Studie festgestellt, dass in China 43 Millionen Menschen an Hunger gestorben sind. Ihn berührt das große Sterben nicht. Er sah sich in einer Reihe mit den großen Kaisern. Ausgestattet mit dem Recht, mit seinem Volk zu experimentieren. Selbst bei ungewissem Ausgang. Ich selbst hörte ihn das sagen. Beim großen Sprung nach vorn. Doch jetzt wird der Rote Kaiser zum ersten Mal kritisiert. Von Niyo Shaoqi, bisher ein treuer Weggefährte. Jetzt bittet er die Bauern um Vergebung. Der Volkskongress macht Liu zum Staatsoberhaupt. Mao zieht sich aus dem Regierungsalltag zurück. Doch gestürzt wird er nicht. Mao war Chinas Lenin und Stalin. Er hatte die Revolution angeführt. Ohne ihn hätten seine Kollegen keine Macht, kein Ansehen, keine Privilegien. Deshalb war er unangreifbar. Mehr denn je verlässt Mao sich jetzt auf die Armee. Er verspricht ihr, China zur Weltmacht aufzurüsten. Dafür lässt Mao, selbst in den Jahren des Hungers, Technologie im Ausland kaufen. Dann hat er sein Ziel erreicht. 1964 ist China Atommacht. Auf Augenhöhe mit den USA und Russland. Der Jubel ist inszeniert. Echt ist der Wunsch der Chinesen nach einem bisschen Wohlstand. Maos Rivale Liu sorgt für Jahre der Ruhe. Es gibt wieder zu essen. Nicht viel, aber genug. Und manchmal werden Träume wahr. Mao hasste all das. Er hasste es, ausmanövriert zu werden. Er wollte seine Rache. Mao will den neuen Menschen. Chinas Kinder lässt er in seinem Geist erziehen. Das alte Denken soll aus ihren Köpfen verschwinden. Die Kommunisten bekämpften immer wieder den sogenannten bürgerlichen Humanismus. Zum Beispiel zu wenig Hass gegen den Klassenverband. Menschlichkeit, ein Gewissen zu haben, Abscheu vor Folter und vor Grausamkeiten. Das alles gehörte zu diesem bürgerlichen Humanismus. Er ist so, wie Mao die Jugend gerne hätte. Der Mustersoldat Lei Feng. Zu seinen Lebzeiten kannte ihn kaum jemand. Ein Jahr nach seinem Tod aber lässt Mao einen Spielfilm produzieren über diesen jungen Mann, der sein ganzes Leben dem Studium von Maos Werken widmet. Worin sollten wir dem Genossen Lei Feng nacheifern? Eben darin, wie er Mao huldigt. Mao konnte ja schlicht sagen, ihr müsst mich vergöttern. Sondern er sagte, ihr müsst von Genosse Lei Feng lernen, Mao Zedong zu vergöttern. So setzt er sich selber auf den Altar. Wir sollten kleine Rädchen in Maos Maschine sein. Das sollte unser Lebensziel sein. Mao wollte uns selbstlos und ohne Verstand, damit er nur den Knopf seiner Maschine zu drücken brauchte. Ein im höchsten Maß selbstsüchtiger Mensch wollte ein selbstloses Volk. Was der echte Lei Feng wirklich dachte, wird nie jemand erfahren können. Er starb 1962 unter nie geklärten Umstärken. Jahre wartet Mao im Hintergrund. Er sei ein kranker Mann, behaupten seine Gegner. Dann kommt die Stunde der Rache. Am 16. Juli 1966 geht Mao schwimmen. Im Yangtze, dem mächtigsten Strom Chinas. Eine Aktion voller Symbolkraft. Das Bad im Yangtze sollte den Chinesen und der Welt demonstrieren, schaut her, ich bin gesund. Ich bin bereit, die Kulturrevolution zu führen. Sein Sonderzug bringt ihn nach Peking, in die Hauptstadt. Zurück zur Macht. Diesmal macht Mao Chinas Jugend zu seinem Werk zurück. Die Saat der Gewalt, die er gesät hatte, war reif für die Ernte. Sie sollen Mao beschützen, sagt man den Jugendlichen. Sie sollen brutal sein, auf Maos Feinden herumtrampeln. Wandzeitungen veröffentlichen seinen Aufruf, rebellieren ist gerechtfertigt. Fangt in den Schulen damit an. Auf einmal wurden die Prüfungen abgeschafft, weil Prüfungen etwas Schlechtes seien. Für uns war das eine große Befreiung. Und wir waren sehr glücklich. Begeistert folgen die Teenager dem Rattenfänger. Mao lässt die Schulen schließen und verkündet, je mehr man liest, desto dümmer wird man. Ihr Jungen dürft Fehler machen, solange eure Gesinnung richtig ist. Warum haben wir uns am Beginn der Kulturrevolution so engagiert? Weil wir dachten, dass uns eine Chance gegeben wird. Wir haben die großen Revolutionen verpasst. Wir konnten nicht Helden der Kriege gegen Japan und Helden der Befreiung werden. Aber genau das wollten wir sein. Dann kam die Kulturrevolution. Und die ist von Mao ausgelöst worden. Millionen Jugendliche reisen kostenlos aus dem ganzen Land in die Hauptstadt, um ihn zu sehen. Er wusste, sein Erscheinen würde sie geradezu mit revolutionären Geistern führen. Der Kult war eine mächtige Waffe in seiner Hand. Sie nennen ihn den größten Lehrer der Menschheit. Das kleine rote Buch mit seinen Zitaten soll Antwort geben auf jede Frage ihres Lebens. Das kleine rote Buch, Mao pries es, vergliche es mit der Bibel, den Lehren des Konfuzius, sogar mit den Schriften Buddhas. Für die Seefahrt braucht man einen Steuermann. Für die Ernte braucht man die Sonne. Für die Revolution braucht man einen Mao Zedong. Die Hymne der Kulturrevolution. Auch Rotgardist Sung Jung Yi sang dieses Lied zu Ehren Maos. Ich kann heute die jungen Terroristen und religiösen Fundamentalisten gut verstehen. Denn wenn uns damals, während der Kulturrevolution, Mao befohlen hätte, mit Sprengstoffgürteln irgendwo Leute und Gebäude in die Luft zu jagen, wir hätten es getan. Für Mao sind die Roten Garten nur das Instrument, um seine Gegner zu vernichten. Vor allem ihn, Liu Shaoqi, das Staatsoberhaupt. Jugendliche dürfen ihn beschimpfen, demütigen, verprügeln. Öffentlich. Doch dieser Mann wird sich nicht beugen. Sie werden ihn quälen, bis er stirbt. Auf dem Boden einer Gefängniszelle. Sie zertrümmern die Kulturwerke ihres Volkes. Und zugleich die Moral und die Werte, die es seit Jahrtausenden prägten. Es gab einfach jede Menge Leute, die Gewalt liebten. Sadisten. Mao gab ihnen die Lizenz, sich auszutoben. Und so tobten sie ihre Gewalt aus. Monate des Terrors. Rote Garten durchsuchen die Häuser. Ein Lippenstift. Eine Sonnenbrille. Das reicht, um als Konterrevolutionär zu enden. Kinder denunzieren ihre Eltern. Wir wurden so erzogen. Wer gegen Mao war, der war unser Todfeind. Da gab es überhaupt keine Diskussion. Hätten wir uns zwischen Mao und unseren Verwandten entscheiden müssen, dann hätten wir keine Sekunde überlegt. Mao macht sie alle zu Komplizen. Viele der Opfer der jungen Rotgardisten sind Revolutionäre der ersten Stunde. Wie die Eltern von Zhong Zhang. Mein Vater gehörte zu den wenigen, die aufstanden und gegen die Kulturrevolution protestierten. Dafür wurde er eingesperrt, gefoltert, in den Wahnsinn getrieben. Dafür starb er tragisch. Meine Mutter musste mehr als hundert dieser gespenstischen Anklageversammlungen mitmachen. Sie musste auf zerbrochenem Glas knien. Sie wurde durch die Straßen getrieben. Kinder bespuckten sie und warfen Steine nach ihr. Mao zwang jeden in China, sich das anzusehen. Die Folterungen wurden ausgiebig gefilmt. Mao hat sich die Bilder von der Qual seiner Opfer vorführen lassen. Wieder fasziniert ihn die Mordlust der Massen. Er selbst hält sich abseits. Er, der seinem Volk Verzicht und Arbeitseinsatz predigt, führt das Leben eines Müßiggängers, schläft bis in die Mittagsstunden. Wie widerwärtig Mao war, zeigt sich darin, dass er extra jemanden hatte, der ihn mit Frauen versorgte. Ein Beispiel. Mao hatte eine Geliebte namens Zhang Yifang. Als sie den großen Vorsitzenden kennenlernte, war sie ein schlichtes unschuldiges Bauernmädchen, das damals als Zugschaffnerin arbeitete. Sex mit jungen Mädchen, so glaubt Mao, könne sein Leben verlängern. Er macht von dieser Philosophie reichlich Gebrauch. Und er nutzt sogar den Frust der Ehefrau. 30 Jahre stand Zhang Qing im Abseits, politisch und privat. Jetzt hat ihr Mao eine Schlüsselrolle anvertraut. Als Kopf der später sogenannten Viererbande darf sie die Hexenjagd auf Maos Gegner steuern. Mao ließ sie all die Schmutzarbeit machen, die andere nicht machen wollten. Er wusste, dass sie voller Gift ist. Er sagte einmal in der Familie, Zhang Qing ist wie ein Skorpion. Und er wackelte dabei mit seinem kleinen Finger wie ein Skorpion. Madame Mao entgleitet die Kontrolle. Gruppen bewaffneter Rotgardisten ringen um Maos Gunst. Chaos bricht aus. Die Revolution frisst ihre Kinder. Millionen kommen bei Kämpfen ums Leben. Jetzt macht Mao Kehrt. Parteitag 69. Draußen im Land hat der Parteichef das Kriegsrecht verhängt. Drinnen im Saal stellt die Armee zwei Drittel der Delegierten. Er lässt sich als Sieger feiern. Seine Gegner hat er vernichtet oder ausgeschaltet. Die Rebellion der Jugend hat ihre Schuldigkeit getan. Mao löst die Roten Garden auf. Schüler und Studenten verschickt er aufs Land. Sie sollen in seine Fußstapfen treten. Auf den langen Marsch gehen. Umerziehung. Wieder einmal. Als wir ins Dorf gekommen sind, bestand unsere erste Arbeit darin, dass wir von Tür zu Tür Maos Werke zu den Bauern brachten. Wir erklärten ihnen die Theorie des Klassenkampfes und wie sie die schlechten Elemente und Gutsbesitzer im Dorf bekämpfen sollten. Aber nach einiger Zeit wurde uns klar, dass die Bauern ganz andere Ansichten hatten als wir. Jahrelang werden die einstigen Rotgarwisten in Dörfern leben unter primitivsten Verhältnissen, abgeschnitten von der Außenwelt. Eine verlorene Generation. Unterricht gibt es nur in Mao Zitaten. Dies ist nicht das China, von dem sie träumten. Ich fragte mich, wie konnte es sein, dass nach so vielen Jahren der Revolution es den Arbeitern und Bauern immer noch so schlecht geht. Die einfachen Leute wurden nicht als Menschen angesehen. Ich begann die Revolution zu verabschauen. Die Arbeiter wurden dermaßen verachtet und schlecht behandelt. Für mich war das grausam. Das hat mir die Augen geöffnet. Maos Traum vom neuen Menschen zerbricht an der Wirklichkeit. Wir begannen zu zweifeln. Vor allem, ob das, was uns beigebracht wurde, wahr oder unwahr ist. Und noch etwas anderes ist wichtig. In uns keimte wieder das menschliche Gewissen. Am Ende seines Lebens macht auch der große Steuermann noch einmal eine Kehrtwendung und sucht eine Annäherung an den Erzfeind, an die USA. Fünfmal empfängt er Henry Kissinger, den amerikanischen Außenminister. Mein Eindruck von Mao war, dass er über einen analytischen Verstand verfügte, wie kaum ein anderer Staatsmann, den ich getroffen habe. Unideologisch in der Außenpolitik, unsentimental, brutal, präzise und fähig, in großen Zusammenhängen zu denken. Er wollte der Sowjetunion demonstrieren, dass er auch andere Optionen hatte. Auch er eine Schachfigur in Maos Spiel? Richard Nixon, der Präsident Amerikas. 30 Jahre propagierte Mao den Kampf gegen den US-Imperialismus. Bis zu diesem Tag, im Februar 72. Die USA erkennen Chinas Rolle als Weltmacht an. Mao scheint am Ziel. Als Nixon zu ihm sagte, die Lehren des Vorsitzenden haben die Welt verändert, da bemerkte Mao, nein, alles, was sich verändert habe, ist Peking und einige seiner Vororte. Sein Traum vom kommunistischen Paradies wurde zum Albtraum für sein Volk, das er 27 Jahre lang beherrschte. Mao stirbt am 9. September 1976, 82 Jahre alt. Mit ihm verschwindet der letzte der großen Diktatoren des 20. Jahrhunderts.